Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute sind wir international unterwegs, denn wir sind heute im Tannheimer Tal in Österreich angekommen. Heute Morgen hat es noch etwas geregnet, aber heute Nachmittag geht das Wetter. Wir gehen nun zum Filzabsee und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Auch in den Bergen geht es am Anfang direkt hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich kommen wir am Filzabsee an. Ob wir rundherum gehen, wissen wir noch nicht, da wir momentan die einzigsten sind, die dorthin laufen. Mal gucken. Um den Filzabsee gingen wir nun jetzt nicht mehr herum, da wir ansonsten dort ganz alleine gewesen wären. Und es sieht auch noch etwas nach Regen aus. Das Regensiko wollten wir jetzt auch nicht eingehen. Aber wenn alles normal läuft, sind wir diese Woche auch wieder dort. Wir gehen auch nun wieder denselben Weg zurück. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein kostenloses Abo da gelassen habt, einfach ein Abo da lassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Die Kamera läuft. Hallo, hier ist Marco vom Kanal. Nochmal. Gleich kommen wir am Filzabsee an. Ob wir diesen... Gleich gehen können. Wir gehen nun auch den selben Weg wieder. Bye-bye.